Hallo, ich bin die Nidova, bin zwölf Jahre alt, gehe in die sechste Klasse, bin auf der Alfred-Krupp-Schule. Ich freue mich schon auf die Liga, denn es macht riesen Spaß und ich hoffe, wir haben Erfolg. Ja, hallo, ich bin der Ali, bin in der sechsten Klasse, ich habe letztes Jahr auch in der Schulliga mitgemacht, es ist eine schöne Erfahrung, das zu machen, es macht riesen Spaß. Hallo, ich bin Annika, bin elf Jahre alt, die 6a und ich war letztes Jahr auch schon wieder als Schulliga dabei, es macht wirklich riesen Spaß und wir freuen uns schon auf die Mädchentabelle, denn wir wollen es endlich schaffen und wir wollen auch viel Erfolg haben. Ich bin der Daniel Wendt, ich gehe in die sechste Klasse, bin auch auf der Alfred-Krupp-Schule und freue mich auch schon wieder auf die nächste Liga, die kommt, weil es macht viel Spaß und wir haben auch viel Erfahrung. Ja, die AKS ist unter anderem auch eine Basketballschule. Im letzten Jahr haben wir mit zwei Mannschaften in der Basketball-Liga der KTP, BKK teilgenommen und in diesem Jahr sind die beiden Mannschaften heiß drauf, wieder teilzunehmen. Wir trainieren fleißig und haben unheimlich viel Spaß dabei und sind auch ganz wild darauf und das ist ja einfach auch ganz toll, dass sie Kontakt mit anderen Schülern aus den verschiedenen Klassen bekommen und das ist eine ganz tolle Sache. Bis zum nächsten Mal.